Warum bin ich hier? Es gibt einen Maulwurf. Ganz oben an der Spitze des Circus. Er sitzt da seit Jahren. Sie müssen etwas für mich tun. Gehen Sie davon aus, dass man Sie beobachtet. Wenn man Sie erwischt... Was zum Teufel suchen Sie hier oben? Können Sie sich nicht auf mich berufen? Er ist ein Fanatiker. Und Fanatiker verbergen immer ein Geheimnis. Hallo, Ricky. Ich muss mit Ihnen reden. Warum? Es gibt ja eine Frau. Ich weiß, wer Sie sind. Sie hatte Informationen über einen Doppelagenten. Was sie mir erzählt hat... ...war sensationell. Raus damit. Er hat unseren Mann in Istanbul getötetet. Es ist alles so schmutzig geworden. Wir sind die einzigen, die zwischen Moskau und dem Dritten Weltkrieg stehen. Der Moment ist gekommen. Es ist einer von fünf Männern. Und ich will von Ihnen nur... ...den Kot nennen. ...dame, König... ...as... ...spion. ...dame, König... 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 Untertitelung des ZDF, 2020